Hi, ein neuer Wochen-Shop. Wir gucken, was so die Woche alles neu ist. Falls du meine Stimmen, oder du hörst es ja meiner Stimme, ich bin leicht erkältet, also entschuldigt, dass die Woche nicht allzu viele Videos kam. Ich versuche dieses Wochenende wieder ein bisschen was zu produzieren. Wir sind aber noch nicht mit unserer Akademie fertig, aber ich sitze dran. Wir sehen auf der Hauptseite von Minecraft ein neues Bild, und zwar ein Piraten, würde ich mal sagen. Und wenn wir einen Blick in den Shop werfen, ich habe schon mal leicht ein bisschen drüber geguckt, damit ich mit euch ein bisschen einfacher da über das Thema gehen kann. Also wir haben jetzt, sag ich mal, als Aushänge steht wirklich ein Piraten-Paket. Piraten-Fortuna, oder Fortuna heißt das Ganze. Ich finde die Skins relativ fetzig gemacht, für Leute, die Piraten oder dieses Thema Piraten halt mögen, besonders hier so ein Papagei, finde ich sehr fetzig. Ja, Map dafür, ich habe jetzt keinen Einblick auf die Karte, aber jetzt die Bilder und alles, die sprechen schon sehr positiv für das Paket. Und wer Piraten mag, also, ja, ich finde den Preis noch angemessen, für so ein kleines Spielding. Also, ja, als Aushänge steht der Woche definitiv kein schlechtes Paket. Ansonsten haben wir jetzt in der Woche nicht allzu viele gute Sachen dazu bekommen. Ich finde, wir haben eine Police Academy gekriegt, also eine Polizeischule, so ein Rollenspiel, dass man als Polizist da, sag ich mal, ausgebildet wird, in so einem kleinen Viertel. Ich finde das sehr fetzig. Ist eine Empfehlung wert, wer, sag ich mal, auf so ein Rollenspiel steht, definitiv, das ist schon was. Mapmäßig natürlich klein, das erkennt man immer sehr gut an diesen Vorzeigebildern, dass die Map sehr klein gehalten ist. Aber ich muss sagen, für 5 Euro, wer, ja, mal immer ein Polizei oder ein Polizist sein möchte, richtiges Paket. Ja, ansonsten ist da nicht allzu doll irgendwas dabei, wo ich sagen muss, das muss man sich holen, ne, da ist nicht unbedingt was dabei. Wir haben auch ein Western-Spiel, also so ein Auf der Pellerie, ne, also, hm, ich habe mir das so leicht jetzt hier mal angeguckt, ähm, ist keine Empfehlung von mir. Also, ne, also auch wenn man auf Western steht, also das sollte man, glaube ich, sich nicht holen, dann sollte man lieber selber bauen, anstatt sich dann dieses Paket zu holen. Besonders für 8 Euro ist das Ganze, ah, ne, ne, nicht im fähigsten Wert, auch die Skins, ne. Also, ich finde, für 8 Euro müssen schon fetzige Skins dabei sein, besonders für den Western, und die sind ja auch nicht gerade doll animiert. Und ihr seht, wir haben auch schon eines hier mit der ersten Halloween-Pakete, wenn wir da reingucken, ähm, für 4 Euro, ja, gut, äh, fetzige Skins sind jetzt nicht unbedingt mit dabei, da haben wir schon bessere Pakete erhalten. Äh, ich meine, Skin-Pakete, ähm, ja, Map-mäßig, auch nicht so ein Ding, hm, nicht empfehlenswert. Ja, dann wollen wir noch mal kurz bei den Skins gucken. Ich habe, ähm, natürlich hier wieder eine große Auswahl an neuen Skin-Paketen. Ähm, viele davon sind einfach für die Tonne. Äh, fetzigerweise haben sie auch ein Halloween-Skin-Paket reingemacht, wo die Monster in einer Mülltonne sind. Also, ja, für 2 Euro, wer halt Mülltonnen-Skins möchte, die für die Tonne sind, also, ja, jetzt könnt ihr zuschlagen. Doch, sehr fetzig, ne? Ja, ansonsten, ähm, keine Halloween-Skins dabei, die ich echt empfehlen könnte. Ähm, ja, müssen wir noch die Augen aufhalten. Das war's dann auch von Shop der Woche. Also, nix umsonst dabei, aber so ein, zwei Pakete, wenn man Lust und Interesse hat auf so ein Thema, denn definitiv, ne? Naja, keine verschwendete Woche. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken, wir hören uns bestimmt in der nächsten Baufolge, und dann sage ich nur eins zu dir, haust rein und tschüss. bei để Deshalb b香港 der Whoa falar w 말을 et rät, haust rein und tschüss. Also, ich bedanke mich im Hures. Bis zum nächsten Mal. Zingang bin ich selbst? Bis zum nächsten Mal. Und wenn bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.